Ich hatte mal nen Bruder. Was hab ich denn jetzt noch? Was ist denn aus dir geworden? Was machst denn du mit dir? Was machst denn du mit deinem Leben? Warum? Hast du dich mal in den Spiegel angeschaut? Weißt du, wo du aussiehst? Nee, ist dir scheißegal, ne? Ist ja alles scheißegal. Hm. Ja. Ja, weißt du, jetzt ist es mir egal. Dir ging es nämlich immer nur um dich. Es ging immer nur um dich. Ja, du weißt ja mal, das Sorgenkind. Wann ging es denn mal um mich? Wann hat sich irgendwer mal nach mir erkundigt? Weißt du was? Das mach ich jetzt allein. Ich kümmer mich jetzt mal um mich. Ich geh jetzt nämlich nach oben, pack meine Sachen. Und dann geh ich durch die Tür. Und dann siehst du mich nie wieder. Und wenn du wieder auf der Straße landest. Oder in drei Tagen tot bist. Dann ist mir das scheißegal. Verreckt doch. Verreckt doch. Wenn du nicht willst. Ja. Vielen Dank.